Moin Flatsen, hier ein kleines Transfer-Update. Werder Bremen möchte Florian Grillisch von Ajax Amsterdam verpflichten, der Spieler ist ablösefrei zu haben. Wenn er denn kommen sollte, müsst ihr auch Gehaltsbußen einnehmen, aber nach dem Nabi-Cater-Deal weiß man ja, dass in Bremen alles möglich ist. Man darf gespannt sein, ob auch dieser Transfer-Coup gelingen wird. Ciao, ciao!